Die Stimmung bei Borussia Mönchengladbach ist nach der enttäuschenden 1 zu 2 Niederlage gegen den FC Augsburg angespannt. Besonders Tim Kleindienst, der als einer der Hoffnungsträger der Fohlen in dieser Saison gilt, zeigte sich sichtlich frustriert über die inkonstanten Leistungen seiner Mannschaft. Im Interview nach dem Spiel sparte der Angreifer nicht mit klaren Worten und deutlichen Analysen. Es bricht uns das Genick. Du hast viel Ballbesitz und gerätst jedes Mal in die Umschaltsituationen. Natürlich kriegen wir auch zu leicht die Gegentore. Ich glaube, das sind Situationen, die man in der Bundesliga verhindern sollte, sonst wird es extrem schwierig, erklärte Kleindienst gegenüber der Sohn. Mit diesen Worten bringt er auf den Punkt, was viele Fans und Experten schon länger beobachten. Gladbach hat zwar spielerisch oft die Kontrolle, kann aber die gefährlichen Konter und Gegentore nicht unterbinden. Die Abwehr wirkt in solchen Situationen zu anfällig. Und auch das Mittelfeld verliert häufig zu schnell den Ball. Kleindienst selbst versuchte, mit seinem Treffer zum 1 zu 2 nach einer Ecke nochmal Hoffnung in Spiel zu bringen. Doch am Ende reicht es nicht für die Wende. Trotz seiner eigenen guten Leistung wirkte der Stürmer nach dem Abpfiff alles andere als zufrieden. Sein Frust ist verständlich. Schließlich erhoffen sich die Fohlen nach den holprigen letzten Wochen dringend konstant in ihren Ergebnissen. Doch es gab auch einen positiven Moment für Kleindienst in diesen Tagen. Trotz der Niederlage in Augsburg hatte er kurz zuvor Grund zur Freude. Er wurde erstmals für die deutsche Nationalmannschaft nominiert und wird bei den anstehenden Nations-League-Spielen gegen Bosnien-Herzegowina und die Niederlande zum DFB-Kader gehören. Ein Meilenstein in seiner Karriere, der dem 1,91 Meter großen Stürmer sichtlich viel bedeutet. Es ist immer noch so real. Erstmal war ich ein bisschen sprachlos, weil ich es selbst nicht glauben konnte, weil man in so einem Moment nicht damit rechnet. Ich glaube, das war eines der schönsten Telefonate, die ich jemals hatte, erzählte Kleindienst über den Moment, als er von seiner Nominierung erfuhr. Diese persönliche Auszeichnung ist für ihn ein Lichtblick in einer sonst schwierigen Phase mit Borussia Mönchengladbach. Es ist eine Anerkennung für seine konstant guten Leistungen auf Vereinsebene, aber auch eine Gelegenheit, sich auf höchstem Niveau zu beweisen. Die Spiele gegen Bosnien-Herzegowina und die Niederlande sind keine einfachen Aufgaben. Und Kleindienst wird darauf brennen, seinen Platz in der Nationalmannschaft zu behaupten. Trotz Kleindienst individuellem Erfolg bleibt jedoch die Frage, wie Borussia Mönchengladbach aus der aktuellen Krise herauskommt. Das Potenzial in der Mannschaft ist zweifellos vorhanden, aber die Umsetzung auf dem Platz lässt zu wünschen übrig. Besonders die Defensivarbeit und das Umschaltverhalten müssen dringend verbessert werden, wenn die Fohlen wieder dauerhaft um die oberen Tabellenplätze kämpfen wollen. Es bleibt abzuwarten, ob Trainer Gerardo Seohane in den kommenden Wochen die richtigen Hebel in Bewegung setzen kann, um seine Mannschaft zu stabilisieren. Die Geduld der Fans und Verantwortlichen ist zwar noch vorhanden, aber die Uhr tickt. Kleindienst wird nach seiner Rückkehr von der Nationalmannschaft eine Schlüsselrolle dabei spielen, ob Gladbach den Turnaround schafft. Jetzt seid ihr gefragt, wie seht ihr die aktuelle Lage bei Borussia Mönchengladbach? Was muss sich ändern, damit das Team wieder stabiler wird? Und wie bewertet ihr Tim Kleindienst's Leistungen und seine Nominierung für die Nationalmannschaft? Lasst uns eure Meinung in den Kommentaren wissen.